Hä? Du hast eine Idee vor dir, okay? Also Phantom flüchtet aus dem Ausland und holt eben eine Geheimat. Keine Ahnung, vielleicht kommt sie dann endlich mit so einer riesigen Rakete und will dann hier das Hauptquartier in die Luft ganz zerstören, also... Oder vielleicht geht auch Phantom alleine ins... Also, also Gamey bleibt hier und will dann mit einer riesigen Rakete das Hauptquartier zerstören, was? Ja, okay, Leute, dann würde ich sagen, es geht jetzt los. Also, Forgi, ich würde dir sagen, Forgi, du passt hier gut auf. Okay, danke schön, Forgi. Forgi, also, Leute, dann werde ich auch direkt, werde ich sagen, die Abreise beginnt. Okay, Forgi, gut, dann... Okay, Forgi, gut, ich habe meinen Koffer ja schon gepackt, also gut, dann... Ja, okay, dann begleite mich mit zur Tür, also wir gehen jetzt raus, Forgi, ja, ja... Naja, man sollte ja jeden Abschied kurz machen, machen wir jetzt auch. Ich gehe jetzt ab nach Malta und hole jetzt auch die Geheimwaffe vom Phantom, okay? Okay, okay, Forgi, noch einmal Drucker, also... Forgi, ich gebe dir noch mal Faust, ich schaffe das. Okay, gut, Forgi, okay, dann... Forgi, dann wünsche ich dir hier viel... Hier viel Glück beim Aufpassen und dann... Ja, ich gehe, ich gehe jetzt los, okay, also, noch ein letztes Mal. So, noch ein letztes Mal. Ich tue es, Forgi! Also, Gucci. Ich tue es, Forgi! Okay, so, Leute, wir gehen jetzt erst mal, erst mal ab. Also, Leute, wir gehen jetzt an den Flughafen und dann, danach fliegen wir nach Malta und holen die Geheimwaffe vom Phantom. Also, Leute, wir gehen jetzt auf zum Flughafen, Leute. So, meine Maske noch mitholen. Oh, je, wenn ich ohne Maske im Flugzeug bin, das kriege ich noch gewalttätig Ärger. Ja, hol ich lieber mal mir eine Maske noch mit, Leute. Also, Leute, ist da. Okay. Wo haben wir hier denn hier die Masken? Masken, Masken, Masken. Ah, Leute. Die Masken finde ich gerade nicht. Okay. Ja. Okay, also, Leute. Ah, doch, hier ist doch eine. Alter. Das ist ja ein heftiger Zufall. Okay. So, Leute, wir gehen jetzt ab zum Flughafen, Leute. Kommt mit. Also, Leute. Okay, wir sind jetzt hier am Flughafen. Okay, Leute, ich habe meine Maske schon auch noch so. Okay, Leute, mein Flieger startet auch in ein paar Minuten schon. Okay. Leute, da vorne ist mein Flugzeug, Leute. Also, Leute, ich steige jetzt in das Flugzeug ein, Leute. Also, Leute, wir sehen uns dann im Flugzeug wieder. Oder wenn ich gelandet bin, Leute. Oder wenn ich gelandet bin, Leute. Und ich gehe jetzt ins Flugzeug. Okay, Leute, ich bin jetzt hier gelandet. Oh, mein Gott, Leute, hier ist es ja viel heißer als in Deutschland. Über 35 Grad. Alter, Leute, ist das hier so heiß, Leute. Alter. Oh, naja, hier scheint, hier scheint in Malta wenigstens die Sonne, während es bei uns fast den ganzen Tag nur regnet, Leute. Alter, okay. Und hier irgendwo muss Phantom seine Geheimwaffe versteckt haben. Aber nur wo, wo hat Phantom nur seine Geheimwaffe versteckt, Leute? Wisst ihr es? Ah, Leute, ich muss jetzt, ich muss jetzt hier ein bisschen rumsuchen. Oh, hier war eine Wespe. Oh Gott, Leute, ich hasse Wespen. Aber, Leute, wo ist Hans-Geheimwaffe? Hier, in den Steinen. Schauen wir. Er hat sie hier verbuddelt, wie er mich im Karton verbuddeln wollte. Nee. Da, nee, da könnte man ja lange suchen. Bis ich hier was finde, könnte man ja lange suchen. Und ich glaube, Leute, ich muss Forky mal nochmal anrufen. Ich ruf Forky an. Vielleicht weiß der ja irgendwas, Leute. Ja, okay. Nee, das ist, das ist gut. Und ich, warte, Leute, ich hole kurz mal mein Handy aus der Tasche raus und dann hole ich es Forky an. So, Leute. Ach, hier ist es ja, wenn wir jetzt noch Forkys Nummer. So, Leute. Was für neun? Bla, bla, bla. Aber Forky hat echt eine lange Nummer, Leute. Oh, okay. Eins, sieben, sechs, drei, vier. So, angerufen. Okay, es wählt. Es wählt immer noch. Es wählt nicht mehr. Forky, hallo? Forky, hallo? Ja, hallo, ich bin da, Forky. Ja, wie ist denn du gekommen? Ja, ich bin hier gerade. Du hast das ja? Okay, sehr gut. Ja, ich gerade hier auch. Ich glaube, der Heimlauch ist hier. Ich bin irgendwo am Ozean. Am Ozean, echt? Okay, Leute, also am Ozean. Ja, hier ist das. Die Geheimwaffe befindet sich im Meer. Im Meer? Ja, alles klar. Da musst du hingehen, deine Wurke. Ja, weißt du? Uchi, der ist hier in der Nähe. Uchi, da muss ich auch noch. Uchi spielt hier auf jeden Fall. Also deine Geheimwaffe befindet sich im Ozean. Okay. Okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Okay, danke, Frau Schmidt. Ich bin hier auch viel Erfolg. Ciao. Okay, ich schau, Forgi. Okay, Leute, ihr habt Forgi gehört. Also, unsere Geheimwaffe befindet sich als so im Meer, Leute. Okay, alles gut, Leute. Also, Leute, alles klar? Haben wir schon alles gut gesagt? Dann gehen wir jetzt auch direkt ans Meer, Leute. Also, Leute, okay. Leute, da vorne ist es schon, Leute. Da gehen wir jetzt auch direkt lang. Oh, Leute, meine Maske. Oh, mein Gott, Leute. Hier ist das Meer, Leute. Okay. Gehen wir sofort mal rein. Alter, Leute. Ich kann hier kaum noch drinstehen. Aber, Leute. Alter, ist dieses... Alter, ist das hier so kalt im Meer. Aber, Leute. Hier muss sich irgendwo die Geheimwaffe von Phantom befinden. Okay. Wir müssen... Wir müssen hier irgendwo tauchen, Leute. Okay, Leute, wir tauchen jetzt unter. Wir müssen hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017